AHHHHHHH Herrschaftszeit, was ist dann jetzt schon wieder los? Oh Gott, wie sieht der denn aus? Ja ja, so ein lege Mann mit weiße Sorge an, das geht nett. Geht gar nett! Er hat die Hose, kotzt und lässt er gleichUNss, das geht nett. Geht gar nett! Er tritt der Wolfgang Petri Hent und eine Pflege ist ihm fremd. Ein strenger Ildis-Duft, der strömt aus seiner Kluft. Das geht nett. Oh Gott, was ist das denn für ein Tier? Er hofft sich gleich zu dir, bestellt du großes Bier, das geht nicht. Geht gar nicht! Er roch das Stinkgekraut und redet viel zu laut, das geht nicht. Geht gar nicht! Er glotzt dir in dein Dekolltee, und du denkst nur noch, bitte geh. Geh jetzt! Er sieht sich an dir, sagt, wie sie entstände hat, gell, also das ist ja wohl das allerletzte. Geht gar nicht! Wieso das denn? Also, losche mal! Oh, no, 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 no Sie hat die Tette platt und kaut die Nägel ab, das geht nicht. Geht gar nicht! Sie ist so weiß wie eine Wand. Geht nicht! Und ihre T-Shirt-Legging ist spannend. Geht nicht! Wenn das jetzt weiblich ist, dann sind mir angepisst oder etwa nicht, Frau von Baden. Ja, 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 ja. Kreißlos, kreißlos! Unmöglich sowas! Was ist das denn für eine Tensie? Diese I, diese R, diese B, B, B! Die Beine ganz behaart und auch ein Dame-Bart, das geht nicht. Geht gar nicht! Sie ist ganz ungeschminkt und ihre Achsel stinkt. Geht gar nicht! Aus ihren Haaren tropft das Fett. Geht nicht! Sie ist im Nied auch im Bett. Geht nicht! Und mir gefriert das Blut, ich find das gar nicht gut. Und ihr? Puh, ekelhaft! Ach, lecker, mir! Ah ja, sag ich doch, gell! Oh, na, 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 na! Geht nicht! Greif, riss! Es geht nicht! Greif, riss! Es geht nicht! Nein, nein, nein! so geht's nicht geht gar nicht danke, das war's Es geht gar nicht. Ich bin fertig. Es geht gar nicht. Es geht absolut nicht. Mein Lieber, Entschuldigung. Es geht doch. Frau von Baden. Es geht natürlich nicht. Es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Es geht gar nicht.